Ich reiße zwar ab und zu die Latte, aber nicht diskriminierende Sprüche. Ich will kein Foul von rechts außen. Rassismus hat im Sport keinen Platz. Wenn ich Torte erziele, dann ist es doch egal, woher ich komme, wie ich ausschaue und an was ich glaube. Ich trete gegen den Ball, nicht gegen Menschen. Egal ob wir gewinnen oder verlieren, wir haben immer unseren Wert. Denn jeder Mensch ist für uns einzigartig. Sport und Politik. Vereint gegen Rechtsextremismus.